Wir sprechen heute mit Beatrix E. Lindenbaum von der Firma B. Sie sagt uns jetzt, was macht Ihre Firma genau? Meine Firma veranstaltet Home-Partys für Heteropare, für Lesbenpaare und für Schwulenpaare, auf denen Sextoys präsentiert werden. Wir erstellen einen erotischen Kalender für unsere Kundinnen, den sie für sich oder für ihre Partner nutzen können. Und wir machen Seminare für Männer und Frauen, die hauptsächlich über Sexualität gehen. Und wie lange gibt es Ihre Firma schon auf dem Markt? Mit den Partys, das läuft schon seit vier Jahren. Der Rest, die Kalender und die Seminare ungefähr seit einem Jahr. Wer profitiert denn am meisten von Ihrem Produkt oder von Ihrer Dienstleistung? Im Grunde alle Leute, die ihre Sexualität und ihre Beziehung verändern möchten und einfach ihre Leidenschaft auch erhöhen möchten. Was ist so der typische Aha-Effekt, wenn man ein Produkt oder Ihre Dienstleistung bei Ihnen bucht? Also unser Slogan heißt, wir sorgen für besondere Höhepunkte in Ihrer Partnerschaft und wenn Sie das Coaching mitmachen oder Sextoys nutzen, werden Sie die noch erleben. Wie sieht denn dann der optimale Kunde für Sie aus? Der optimale Kunde ist altersmäßig zwischen 20 und 70 Jahren alt und ist einfach bereit, seine Beziehung zu verändern. Und einfach auch spielfreudig, das gehört natürlich auch dazu. Und wie unterscheiden Sie sich von Ihren Mitbewerbern am Markt? Es gibt sehr viele Veranstalter, die Home-Partys machen, genau wie wir auch. Wir stellen nur das Coaching sehr stark in den Vordergrund, weil wir einfach festgestellt haben, dass der Bedarf nicht der ist, dass Sextoys präsentiert werden, sondern dass es ein gutes Miteinander sein muss und dass die Leute etwas gecoacht werden müssen, um das auch umsetzen zu können. Was war bisher das schönste Kompliment, was Ihnen je ein Kunde oder eine Kundin gemacht hat? Dass wir es erreichen auf unseren Partys, unseren Slogan zu erfüllen, nämlich die Leute dahin zu bringen, wirklich mit Freude darüber nachzudenken, mit dem Partner etwas zu verändern und damit auch ihre Beziehung natürlich verändern. Jetzt schauen wir mal ins Jahr 2010, wie sieht dort Ihre strategische Ausrichtung aus? Wir werden in 2010 zum Anfang des Jahres die Home-Partys sehr stark promoten, das heißt Lesben-Partys und Schwulen-Partys veranstalten, die es so noch nicht gibt. Und es wird ein neues Frauen-Seminar geben, was eben halt die Beziehung einfach etwas leichter machen soll. Das sind die Sachen, die für 2010 jetzt erstmal ganz stark anstehen. Wenn man jetzt so schaut, 80er Jahre war das Jahr der Tupper-Partys, 90er Jahre Parfüm und Kosmetik. Im 2000er Jahr hat man so Putz-Partys gemacht. Liegt die Zukunft wirklich so in Home-Partys oder wo sehen Sie da die weitere Zukunft? Home-Partys waren und bleiben wirklich ein sehr starker Markt, weil man natürlich in einer ganz privaten Atmosphäre, egal welche Artikel präsentiert kriegt, und das mit Leuten, die man eben halt kennt. Und das ist natürlich auch Fun. Die Sex-Toy-Partys sind im Moment ein schwerer Renner geworden, weil einfach Beziehung sich verändert hat und damit auch Sexualität sich verändert hat. Und dadurch ist, glaube ich, der Bedarf einfach irre gestiegen. Und was gefällt Ihnen besonders gut an den Oxford Business News? Dass ich in der Lage bin, meine Firma mit einer Videobotschaft zu präsentieren und von den Lesern direkt auch ein Feedback bekomme, was ich ja sonst nicht so messen kann, wenn ich, egal welche Marketing-Sachen, erstmal rausbringe. Okay, dann bedanken wir uns für das Interview und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich danke Ihnen.